Nicht nur Herzogin Meghan und ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet werden nicht zu der Krönung von König Charles III. am 6. Mai erscheinen. Es gibt viele Absagen im Vorfeld des Großereignisses für die britische Königsfamilie. So hat sich der britische Monarch das sicher nicht vorgestellt. US-Präsident Joe Biden gehört zu den geladenen Gästen, die der Krönung von König Charles lieber fernbleiben, wie die FAZ berichtet. Auch mehrere Vertreter der skandinavischen Königshäuser haben ihre Einladung nach London abgelehnt. Nicht nur politische und royale Vertreter verzichten auf die Teilnahme an dem wichtigen Ereignis, sondern auch einige Stars scheinen andere Termine zu bevorzugen. Für Charles' Krönungskonzert soll es Absagen von Adele, Elton John, Harry Styles und den Spice Girls gegeben haben. Während die einen freiwillig auf die Krönung verzichten, sind andere sauer, dass sie nicht eingeladen wurden. Das betrifft Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew, wie es laut People heißt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017